Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den DealDig Staubsaugerroboter. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Staubsauger für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Sauggerät unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Machen wir uns nichts vor, so lästige Haushaltsaufgaben wie Staubsaugen und Co. sind einfach nicht gerade das Wund von mir nachts träumen. Ganz im Gegenteil, es ist einfach nervig. Und deswegen verstehe ich Leute nicht, die in Sachen Haushaltsgeräte am falschen Ende sparen. Weil davon hast du langfristig betrachtet einfach nichts. Ich finde bei diesem Sauger hier nämlich, dass die Funktionalität auf jeden Fall überzeugen kann. Preislich würde ich den Sauger als fair bezeichnen, aber gar keine Frage, das soll jeder Freund der sauberen Wohnung für sich selber beurteilen. Ich kann hier auch nur meine Einschätzung geben. Und wie bereits gesagt, ich verstehe halt einfach nicht, dass Leute immer so den größten Sparfuchs rauslassen, wenn sie sich Geräte zur Säuberung ihres Wohndomiziles anschaffen wollen, weil dann hast du einfach nur lästige Arbeit, wenn die Geräte nicht funktionieren. Da würde ich dir auf jeden Fall eher dazu raten, dir ein hochwertiges Sauggerät anzuschaffen. Und ich bin der Ansicht, dass das hier auf jeden Fall gegeben ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wirkt ansprechend und fair auf mich. Technische Ausstattung vom Sauggerät würde ich als solide bezeichnen. Auch das Design ist ganz schick, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, gar keine Frage. Wie bereits gesagt, ich will hier auch nur ein paar Tipps und eine Einschätzung mit auf den Weg geben. Es gibt tausende von Sauggerätschaften auf dem Markt. Da kann man auch mal ein bisschen gucken, ehe man das richtige Exemplar für sich findet. Hier kann ich zusammenfassen, dass mir das Preis-Leistungs-Verhältnis gut gefällt, sodass ich den Sauger auch weiter empfehlen kann. Das Amazon-Angebot zum Sauggerät werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Spaß in deiner sauberen Wohnung. Alles Gute, ciao! Die Aufmerksamkeit Die Aufmerksamkeit Die Aufmerksamkeit Die Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020